Hallo zusammen, hier ist der Mittelstormix, der Modell von Noob. Ich habe mal wieder was Neues. Hat auch lang genug gedauert. Das Paket war echt lang unterwegs und vielleicht weiß der ein oder andere was es sein könnte. Ich gebe euch noch ein bisschen Zeit zum raten. Ich wäre auch noch um mich in Stimmung zu bringen für das Modell. Zwei, drei Trailer ein bisschen ausschlachten und zusammenschnitzen und vielleicht gefällt euch das ganze. Könnt ihr da vielleicht eine Tasse Kaffee oder einen Tee holen und ein bisschen zurücklehnen und zuschauen. Da kommen ein paar Sachen und eins davon von den gezeigten Sachen ist hier drin. In dem Karton hätte ich jetzt gesagt. Also die Vorfreude dauert und wird schon echt lange. Hat auch einen langen Weg hinter sich. Die Teile sind eigentlich, der Vertrag ist geschlossen worden am 30. Dezember 2020 und dann ging die Zeit des Wartens los. Ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der immer das Zeug gleich braucht, aber nach drei, vier Monaten wird man schon nervös, wenn dann steht, wurde zugestellt, abgeschlossen. Naja, man weiß ja, woher, wo es herkommt und dass das alles dauert. Aber ihr seht ihr auch schon hier, schon schön verzollt und alles tiptop teuer. Ach ja, aber wir haben es geschafft. Das Ding ist nur endlich da. Nachdem ich noch mal den Support kontaktet habe und noch mal nachgehakt habe, hat es mich nun doch endlich erreicht. Und ich denke, kann das schon mal zeigen, so nach vier Monaten und 29 Tagen kann man ruhig mal reinlinsen und vielleicht was tun. Aber ich würde mal sagen, jetzt vielleicht einen kleinen Film ab und dann könnt ihr schon mal raten oder ihr wisst dann, was es ist. Also, let's fetz. исп 70 ist 80% Osterская Ja! Achtung! Achtung! Das war's für heute. Ich bin mein Gott. Ich bin mein Gott. Baby, ich bin dein Gott. Das ist ein Mann. Ich bin der Mann. Ike! Ich bin der Mann. Ich bin der Mann, der Schmerzen ist. Ich bin der Mann. Ich kann ihn nicht nicht zu. Ich bin der Schrauben. Ich bin der Schrauben. Ich bin der Schrauben. so das war das filmchen der eine oder andere kann sich denken was es ist und die ist noch nicht wissen gucken wir jetzt rein ich bin gespannt ich selber habe noch nicht rein geguckt aber wir werden sehen hier ist noch das zollband das machen wir jetzt mal auf ich bin selber gespannt was jetzt in dem paket alles drin ist ich habe auch nicht immer beim anbieter geschaut ich lasse mich genauso überraschen wie ihr so schauen wir kurz es ist was von agoramodels ok was haben wir denn drin ja plastiker 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 so ist das italienisch oder united ach ich weiß auch nicht so da ist jetzt wo es geht das geht um die zero um die mitsubishi a6m zero der jäger oder fighter wie man das heute so sagt und das sind die ersten fünf glaube ich fünf pakete die mich jetzt erreicht haben das selbstlösend gut darunter ist nichts mehr ja ich freue mich dass das ding das hier her geschafft hat und pullen wir gleich mal das erste pack raus ist schon so weit wie möglich draußen ich jetzt auch nicht so viel platz also das wird schon eine große geschichte und ich habe auch bock darauf den karton zu vernichten und zu verarbeiten damit er nicht viel platz mehr hier verbrauch aber wir haben wir kurz ach du scheiße mir fällt gerade auf ist ja gar kein ding dabei muss ich meinen laptop er nachher zücken und hochfahren der da hinten rattert ach du grüne neune aber gut das kriegen wir auch noch hin so jetzt noch mal zu dem fighter zu das zero also ich weiß schon dass ich genug modelle habe aber mir ging es darum ich habe autos ich habe dies und das und jenes aber ein flugzeug habe ich noch nicht und deswegen habe ich mich jetzt für den japaner entschieden ein flugzeug muss dann doch noch her was anderes wollte ich jetzt auch nicht weiter der ist auch nicht so groß der ist in einem maßstab von 18 und eine breite von 61 zentimeter länge von 50 also das hat der platz auf dem der platz hat kann sich das irgendwo hin hängen vielleicht verlose ich das ich wüsste jetzt nicht wo ich platz hätte aber mal gucken vielleicht findet sich ja noch ein genialer ort bei mir download da müssen wir die bauanleitung noch ein bisschen downloaden weil ich denke mal den propeller den wollen wir den intuitiv bauen lieber nicht also ich sehe mal kurz das poster bevor es irgendwo ein bach runter geht ja schafft das ding noch weg werkzeug ist dabei schrauben sieht man auch schon kennen egal und jetzt gucke ich mal kurz nach der bauanleitung verdammt bis gleich überraschung gibt es immer wieder schon interessant im download center von agora models ist nichts zum downloaden bauanleitung vielleicht aber auch nicht richtig geschaut oder was was mache ich jetzt so unvorbereitet wie ich bin und ich will trotzdem bauen ich schaue von denen einfach mal ein erstes video an bau video ich lasse mich dann jetzt nicht abbringen und guck mal wie das jetzt läuft ist jetzt mal was anderes ich werde jetzt mal hier ein bisschen alles geld kleber gel braucht man scheinbar für viele bauschritte und als nadel nämlich mal kein ding zahnstocher sondern ich nehme mal so eine welle alte was noch leim drin egal ist nämlich mal zum dosieren zum aufnehmen vom kleber und zum verteilen das wie das funktioniert stelle ich mir ganz gut vor probiert habe ich noch nicht so jetzt habe ich die teile bezeichnung nicht auf englisch auf deutsch irgendwas ich sehe nur das video wir sollen jetzt das rausnehmen zu mal ein bisschen an wie gesagt es geht nur um den propeller heute und das ist metall das ist echtes metall und dann sollen wir eine pinzette das noch ausnehmen genau fragt mir jetzt nicht was das ist wie das technisch genau heißt dann schauen sie brauchen vielleicht noch so video video diese drei sachen nippo pibose wollen wir jetzt einschmieren mit kleber noch mal ein bisschen was auf könnte könnte ein bisschen bisschen mehr vertragen heißt doch noch mal ein zahnsteuer nehmen muss ja auch nicht so viel sein hat die job bauts gemacht jetzt muss ich da drüben gucken wo muss ich es wie oben oben nach unten stopp des records so rein zoomen ist das kaotisch gefällt mir mal was anderes und das müssen wir jetzt ohne besondere ausrichtung einfach einfach treffen will treffen so gibt es da noch eine ausrichtung scheiße oh nein oh nein wie peinsam ist natürlich die inneren bohrungen nehmen guck doch mal richtig dahin ja gut der kleber der wird verhärten und alles wird gut werden da sieht man keinen meter mehr ich denke sowieso das was man jetzt hier am modern party baut und propeller und das wird dann alles abgedeckt trotzdem ärgerlich weiter geht's im video aha jetzt einen weißen ring einsetzen diesen weißen ring mit den zähnen nach oben einfach hier einsetzen das passt wieder ein stückchen video schauen und was machen wir jetzt jetzt machen wir die propeller dazu drei stück drei blätter haben wir drei propeller blätter und das sind die halterungen ich glaube kann man ja nur so machen wollen wir das ganze mal raus den ganzen spaß der propeller wird schon groß und dann sollen wir ja jedes propeller blatt in eine so eine aussparung einlegen höp ein stück nach unten so jetzt habe ich alles verstellt sensationell aber egal ich habe lust ich habe bock so das passt warte schließlich schon sechs monate so ein bisschen vorspulen ajo und jetzt in ruhe gucken das ding nur drauf pressen das kriege ich hin das bauteil plastik das tun wir ungeklebt hier drauf passt ist nichts schlimmes ist die erste baustufe oder metal macht was falsch und jetzt soll man eine schraube nehmen wir haben nur die ich denke mal ohne markierung und ohne nach sagt schon wo die kennzeichnung ohne um das sind unterschiedlich das sind zwei grob gewinnige und ich weiß schon ungefähr wie es ausgeht also die haben ein groberes gewinne als die das eine kommt bestimmt auf die auf den spinner propeller spinner und ich glaube das heißt so und das andere kommt jetzt die grob gewinnige hoffe ich mal die kommt jetzt hier das ist der original den zur server mitkriegt schaubenzieher und der ist nicht magnetisch wenn wir gleich mal magnetisieren so jetzt ist er magnetisch dann drehen wir die schraube einfach mal hier rein sehen ob das gut geht geht so und jetzt stecken wir noch ein teil drauf dieses muss ich mal gucken kleben oder stecken moment ja gut aber was wir kleben naja dann kleben wir mal wieder so wo ist der kleber da ist der kleber mal ein bisschen bisschen nach raus nachfüllen damit wir jetzt noch ein bisschen mehr kleber drauf kriegen recht viel aber diesmal wissen wir wo es hinkommt diesmal geht nichts schief so und das setzen wir jetzt irgendwie gleich richtig ein ich glaube die halterung brauchen nicht mehr so mehr geht nicht gut propeller blätter halterung kommen weg die grobe schraube kommt weg und das video ist zu ende habe vergessen stopp zu drücken alles klar gut aber gesehen wir kleben weiter also das ist ein sehr klebe freundliches modell so zack da gibt es noch ein weiteres plastik teil dieses das setzen wir dann drauf aber richtig rum alter schwede was denn los ich bin nicht ausgeschlafen muss heute noch so ein modell stammtisch scheinbar klack klack hat es gemacht jetzt bin ich zufrieden ha sehr schön du wolltest ja unbedingt bauen so unvorbereitet wie du bist ne ja doch es muss sein es muss sein so und jetzt bringen wir noch den spinner auf genau und dann stopp 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 und beim schneiden und rennen gucke ich mal es kann ja nicht sein dass die die bauanleitung irgendwie nicht zum downloaden haben irgendwie kann doch nicht sind so okay setzen wir das ding mal auf drauf 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 sehr schön man muss dazu sagen also der propeller ist noch einer der großen teile es kommt dann wie ich das gesehen habe viele 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 kleine für den motor das wird noch richtig lustig das wird spaß machen da muss ich mir noch eine extra brille gleich hier wieder zulegen beziehungsweise suchen wo es rumhängt meine meine neue modellbaubrille so jetzt kommen die fein gewinnigen schrauben rein schönes wir haben wieder überall 1 reserve aber blöd ist ihr müsst genau hingucken und ohne bauanleitung die ich gar nicht gefunden habe ist es nur doof zu raten aber ja ich habe ja zum glück das video gehabt so der propeller wäre eigentlich fertig und die propeller lassen sich unterschiedlich noch einstellen das ist nicht schlecht vielleicht noch ein bisschen rauszoomen stimmt die zahngrenze der zahngrenze macht das wenn ich eindrehe dann drehen sich alle dann werden die rute anders angestellt und dann ist die geschwindigkeit anders ja sehr schön ich glaube damit sind wir durch mit der phase 1 und ein bisschen mit dem einfühlen ich denke mal der erste schritt ist gemacht war jetzt kein perfekter aber der musste noch irgendwie sein schließlich am wochenend und ich dachte irgendwas muss ich noch machen bis später vielleicht beim modellbausch am tisch in dem sinne vielleicht bis in wenigen stunden bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017